Und ich begrüße euch. Guten Tag. Ja Leute, was geht? Hier ist der Tobi. Wir sind zurück. GTA Online. Ich habe hier einen großen Fehler begangen, denn ich habe ein paar Homos in meine Bude gelassen. Also der Whisky ist gleich weg, ne? Da gehen nie alle. Okay. Taurus ist am Wanken und Marvin und Adrian, naja, also, wie gesagt. Ich kann den Minderjährigen hier keinen Whisky lassen, ey. Wie gesagt, Taurus ist dabei, Marvin ist dabei und der Adrian ist dabei. Ihr habt mich eingekesselt. Nein. Mit Trockenvögeln. Vögelt ihn trocken. Was ist das? Andocken, wa? Das nennt sich Andocken. Alter, seht ihr aus. Adrian hat eine fette Nase, Marvin hat einen fetten Arsch. Oh yeah. Tobi hat einen ganz kleinen Oberkörper, aber dafür einen großen Unterkopf. Was ist das? Tobi. Tobi hat eine Latte. Taurus, Taurus, mach mal Kusshand und dann tust du so, als wenn du gleich spucken musst. Und dann hältst du deine Hand da sofort. Guck mal, wie er... Wie er taumelt, ey. Wo ist er hin? Nein. Ey, wo ist er hin? Ey, wo ist er hin? Bei mir ist er weg. Ich glaube, er ist gestorben. Ich bin in die Traumwelt. Ey, wo bist du hin? Das geht mir auch oft. Grüße an den FIFA-Gunter8. Alter. Ey, wo ist er hin, Mann? Bei mir ist er nicht mehr da. Er ist einfach umgekippt und hat sich aufgelöst. Ich hab eine Putze angeschickt, die hat ihn aus dem Fenster geschmissen. Ah, aber das Fenster war ganz schön gut wieder geputzt und neu gemacht. Ja, das ist gar kein Fenster. Was ist denn das jetzt schon wieder? Entschuldigung. Ach, ich... So, lass uns mal was Produktives machen. Komm, wir gehen zu Taurus, deinem Grab. Kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Apart mit Ballatten. I wanna fall in love. Haha, Adran hat ein Brett vor der... Stirn. Ich wollte gerade sagen, hat ein Brett vor der Tür. In the night feels good. Ja, ne, wollte er nicht. Bleib drin. Hier ist jemand gemeingefährlich. Oh, oh. Geh wieder rein. Oh, guck mal, wo ich stehe. Schnell ins Auto, schnell ins Auto. Warum, warum hab ich jetzt Bullen? Warum? Weil Taurus in der Nähe ist. Unnötig. Wenn du dein Auto geklaut hast, dann auch so ein Abgrund hässliches. Wieso klaust du so ein hässliches Auto? Guck mal, wie... Guck mal, du hast eine übelste spitze Front. Wie widerlich ist das denn? Ich wollte gerade sagen, was? Was? Oh, ich hab die Bullen gerammt, jetzt hab ich einen Stern. Ich hab auch die Bullen gerammt. Ich hab die Bullen auch gerammt. Hier, wir holen. Ne, 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 ne. Nein! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, scheiße. Hier, Bullen, ich halte ihn für euch auf. Ich liege. Nein. Taurus, du darfst nicht entkommen. Oh, nein, bitte nicht noch einmal. Bitte nicht noch einmal. Bitte, bitte. Entschuldigung, ohne Absicht. Nein! Ohne Absicht. Was? Mich hat ein Normaler umgefahren. Ja, ja, ja. Pff. Ich bin tot von einem Normaler. Adrian, du fährst vorne weg. Ich bin hinter dir. Du hast gerade ein paar Santen umgefahren. Ey, der ist fett. Der hat mich blockiert. Ich will zu meinem Motorrad. Israel, hinterher. Nein, meine Motorrad ist bei der Polizei. Kann mich jemand mitnehmen? Äh, wo bist du? Hier spricht die Polizei. Bitte halten sie an. Ach, hinter. Wer steht denn hinter mir? Taurus. Komm, fahrt, äh... Ein Schwarzer, nehmt ihn fest, nehmt ihn fest. Schießt auf ihn. Fähr, fahr, 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 fahr. Fahrt Adrian und mir nach. Also immer hier geradeaus. Immer zu den Feilen. Adrian, ich komme zu dir. Let's rock. Adrian steht. Oh, jetzt wird er. Los, fahr, Taurus, Taurus, fahr. Adrian, lass in den Klamottenladen gehen. Wo denn? Hier ist ein Klamottenladen. Wo? Hier. Ich komme hin. Mach das. Dann gehen wir shoppen. Dann gehen wir shoppen. Rechts. Wie rechts? Ach, rechts? Rechts. Da ist Tobi. Oh, super, Patrick. Ja, wir sind ja beim Kleiderladen. Wenn wir in den Kleiderladen rankommen, dann ist Schluss, ne? Das ist ja... Links, Taurus. Raus. Oh, scheiße. Fuck. Toll. Ich habe meine Sterne wieder. Ich kann fliegen. Ich hätte drei Sterne. Fuck, 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 fuck. Ich gehe shoppen. See me rolling. Alter. Adrian, willst du einsteigen? Weil der Laden macht zu bestimmt. Ja. Na und, ich bin drin. Bin auch drin. Hängen die Kopf ab. Ab in den Hinterraum. Komm, schnell. Ich sehe mich im Spiegel. Die schießen auf mich. Scheiße, ich laufe gegen die Scheibe. Ich will nicht in die Scheibe laufen. Alter, da steht ein Auto. Die sehen mich im Spiegel. Mach den Spiegel kaputt. Los. Mach den Spiegel kaputt. Ey. Was? Du hast was? Ich schlag mir da, was reicht nicht. Marvin kommt einmal mit seiner Panzer. Mit seiner Eisenfaust. Ich will zum Spiegel. Würde ich nicht machen. Dann fällt der Spiegel nämlich um. Das ist ja normal, ne? Lass mich da rein. Auf mich wird geschossen, Alter. Oh. Haha. Komm an dran. Ich lebe dich wieder schlappe. Wer ist da auf der Straße? Mein, mein. Wen wird geschossen? FIFA Gunther ist hier. Hallo FIFA Gunther. Wer? Abonnent. Ich komme nicht in den Laden rein. Ach so, ist ein anderer Laden. Ich unterstütze die Polizei. Nee. Ich bin von der Polizei. Viel Spaß beim Auto. Oh, so viele Bullen hier vorne. Oh, der Auto ist kaputt. Ihr sterbt da hinten. Aua. Tränengas, Tränengas, Tränengas. Geht zum Grunde. Nein, tot. Herr Wieb bekommt mal was? Und das ist jetzt alles, was wir machen, ja? Produktives Selbstmöchel. Nee. Oh, ich hier. Nee, lass mal wirklich was Produktives machen. Was machen wir jetzt? Sagt mal was an. Ein Rennen. Ein Rennen. So. S-Bahn surfen. Dann nehme ich mir jetzt das Auto und dann lade ich euch gleich alle zu einem Rennen ein. Alles klar. Ich habe ein Pisswasser. Ich habe ein Pisswasser-Pelaster. Taurus, komm. Taurus, Taurus. Was ist denn? Hier. Ich habe ein schönes Auto gefunden. Wir haben keinen Platz mehr. Ich habe ein schönes Auto gefunden. Tatsache, Taurus, du musst draußen bleiben. Taurus, ich hole dich ab. Guck mal hier. Das ist eine Haftbombe gewesen. Taurus, hier. Ich habe ein ganz schönes Auto für uns. Oh, oh, oh. Das war nicht ich. Das war der andere. Boah, Adrian, freue ich mich, wenn ich Auto fahren darf. Ey, wenn wir irgendwann mal zu Taurus oder zu Marvin fahren, ey, das wird so eine geile Fahrt. Wie haben wir jetzt Bullen? Was ist denn Bullen? Ich habe da keine Bullen. Nur das Bullen. Oh, da ist ein Haus. Als ob ich Bullen haben würde. Das ist gerade dein Ach. Alter, ey. Ich habe nicht hingeguckt. Achso, ey, wer ist das hier? Ein Fremder. Jawohl, wir sind von den Bullen, so gut wir entkommen. Taurus, scheiße. Du hast ihn getötet. Fuck. Warum haben wir zwei Sterne? Ich weiß gar nicht, wem du meinst. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Oh, jetzt. What? Hui. Geparkt. Wo sind die? Am Strand. Oh, da sind wir ganz schön weit von dem Kerl. Auf zum Strand. Guck der denn so schnell zum Strand, Alter. Ich weiß nicht, wir sind gerade ins Auto. Bin geflogen. Nein. Scheiße, Mann, wie schnell sind die? Fuck. Ich habe die Olle abgeräumt. Die geht jetzt baden. Guck sie dir an, ey. Da liegt sie. Oh, 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 oh. Oh, oh. Guck mal, das ist Ariel, die Meerjungfrau. Hast du da vorhin Kopfgeld? Ja. Nicht töten. Nein, Taurus nicht. Nein. Ariel. Ariel. Oh, fuck. Oh, fuck. Er hat sich abgepackt. Hast du das gesehen? Er wollte irgendwie gegen uns, ne? Scheiße, wir bringen ein paar Kollegen mit, okay? Auf mich wird eh geschossen gerade. Adrian, lass uns aufs Riesenrad flüchten. Nein, von da vorne kommen Bullen. Ne Gemeinschaft. Dann lass uns schwimmen gehen. Ich geh schwimmen. Ne, Riesenrad ist cooler. Riesenrad ist viel cooler. Ich hole mir so ein Ding jetzt. Ich hole mir so ein Jet-Ski. Ich auch. Ich krieg dich, Tobi, hinter dem fährt ein Auto. Nein. Tut das nicht. Wie kann er denn nicht so ein hoher Wellen gegangen sein? Nein. Alter. Druckwelle. Von wem? Der auf mich wird beschossen. Taurus hat gepumst. Taurus, ich überhole dich von unten. Alter, nochmal. Ich komme zu den Jet-Skis. Ich komme zu den Jet-Skis. Taurus. Ich habe dich über den Motorrad gegangen oder was ist los? Ne, das ist Fieber. Fieber. Nein, ich will mir einen zu holen. Taurus, nein, geh weg von mir. Jawohl. Ich habe eins. Triften. Ey, da ist ein Bulle im Wasser. Ja, ich weiß. Aber mit was? Keine Ahnung, Adrian, wir gehen jetzt ganz weit weg. Komm, wir stechen so weit in den See, wie nur geht. Hier, komm her. Ein Bulle. Auf dem Boot. Ich stehe hier. Ich warte auf dich. Ich komme mit. Okay, auf geht's. Auf geht's. So weit raus, wie nur möglich. Ich folge euch leise. Und es ist ein hoher Wellengang. Alter, ihr springt, Mann. Ich werde desynchronisiert. Desynchronisiert. Wir fahren jetzt bis nach Australien. Wo auch mal Jori springen kann. Ab nach Down Under. Nee, ganz ehrlich, ich wollte ja dann mal ein bisschen tauchen. Wo tauchen? Es gab mal einen Wack, oder den gibt es immer noch, dass wenn du manchmal irgendwie von irgendwie ganz hoch runterfällst, auf was, also ins Wasser, dass du unter Wasser laufen kannst. Ich sehe euch irgendwie. Ach doch, da Seite. Kommt, schneller, schneller. Wo ist Adrien? Sehr gut. Adrien. Adrien, wo bist du? Ja, äh, bei euch. Also hier bei Tobi und Marvin. Der ist voll ganz vorne. Das ist Adrien. Alter, warte, hier ist ein Boot. Das ist ein Polizeiboot. Wegen mir. Ah, nee, jetzt nicht mehr. Warte mal, warte mal. Wollen wir es holen? Wollen wir es holen? Da können wir anrufen. Adrien, wo ist das Boot? Alter, ist das schnell. Oh, fuck. Habt ihr euch umgefahren, oder was? Ja, er ist voll gegen mich gefahren. Ich war unter Wasser. Ich will zu dem Polizeiboot. Ja, okay. Ich fahr hin rauf. Nein! Oh, 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 fuck. Ich kann fliegen. Taurus. Welche Polizei? Wer denn hier bitte? Machen die irgendwie eine Wahl? Alter. Los. Dreh das um. Ich habe einen Stern. Scheiße. Wir holen uns das. Tötet sie. Die hier drauf sind. Hey. Scheiße, ich bin ins Wasser gesprungen. Nee, 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 nee. Nein. Was? Scheiße, ich bin tot. Oh, Mann. Ich muss jetzt ganz vorm Strand laufen. Wer klaut sich mit dem Helikopter und... Wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir holen uns jetzt den Helikopter, fliegen so hoch, wie es nur geht, und dann springen wir ins Wasser. Okay, mache ich mit. Wo gibt es einen Helikopter? Dann müssen wir wahrscheinlich im Kleiderladen, nee, Flughafen. Ich fahre schnell hin, okay? Ich werde nicht wiederbelebt. Doch jetzt. Ich fahre mit Jetski hin. Ich auch. Marvin, bist du das hier? Ja. Dann können wir zusammen zum Flughafen. Und dann warten wir auf Taurus und Adrian und dann. Fahr mit Jetski, die leben da noch. Ich glaube, ich bin eher da. Ja, wir fahren mit Jetski zum. Ich hoffe dann. Wirst du direkt neben mir oder was? Adrian. Ja, Alter, ist das eine geile Karre. Also übel geil. Erzähl doch mal. High-Motion-Technik. Ich seh dich nicht. Warte, ich mach die Karte, fahr du ein bisschen. Nee, ich hab wieder drifted. Du bist gar nicht da, du hast gelogen. Doch, du bist ziemlich weit hinter mir. Brandt, wo fahre ich lang? Adrian, löw. Okay. Löw. Oh, oh. Jawohl. Ganz stark. Sammsteuer, ey. Shit. Was ist das für eine Mucke, Alter? Oh. Ich komme ja hier nicht durch den Zaun irgendwo, oder? Es driftet zu da. Doch, ich hab mit Jetski durch. Oh, geht nicht. Das geht nicht. Oh, fuck. Das ist so ein Driftwagen. Guck dir das, Mann. Ich kann nicht bremsen. Marvin. Ja, tut mir leid. Hui, ich kann fliegen. Oh, guck mal, da steht Straßensperre. Wollen wir rüberfliegen? Ich kann grad nicht. Ich pass grad auch gar nicht auf. Oh, du hättest was sehen müssen. Wir sind über dem Polizeiwagen. Ich schreib grad diesem Viva-Gunter, dass wir jetzt, äh, uns am Flughäfchen treffen. Der ist übrigens, Leute, 101. Häfchen. So, einfach so. Hallo. Oh ja, Marvin. Bitte diese Stimme. Ich hab grad... Halt. Es gibt dir eine Folge von, ähm, wo war denn das? Ich glaube, das war, ähm, Bobby Bash. Und zwar solltest du dann ne Hass-Tirade auf, äh, Taurus loslassen. Hab ich so gesagt. Oh, nee, das war GTA. Stimmt. Ja. Wo du diese Rede machen solltest. Ähm, Taurus. Taurus. Ja, ja, das war doch erst gerade die. Stimmt, das war Folge 22. Wer Folge 22 nicht gesehen hat, schaut euch die bitte an. Das war die vorletzte Folge. Hab ich so gemacht. Adrian, bist du durch den Zaun durch? Hä? Da kommt man jungs durch. Also, wir sind schon da. Ich glaub, ich bin falsch gefahren. Nein, bist du nicht. Du bist unten. Ja, g... Weltklasse, Weltklasse. Guck dir das mal an, ey. Da bin ich wieder. Guck dir mal den Reifen an, das ist doch nicht geil. Hä? Kann man das Ding in der Luft schieben? Oh, scheiße. Natürlich. Ich hab für jeden. Ich wollte ne Abkürzung nehmen, tut mir leid. Laber nicht. Taurus. Ich laber doch nicht. Du, Taurus. So. Alter. Irgendwas ist am explodieren. Was? Nein, das ist ein Lubschrauber. Hä, wer war denn hier? Hä? Hä? Toll. Der Lubschrauber ist weg. Ja, Moment. Ansonsten nehmen wir uns den Ding ins, den großen Jumbo-Jet da hinten. Da pass... Ne, wir nehmen einfach hier, die schöne Maschine. Wo ist sie überhaupt noch da? Ja, da ist sie doch. Lass doch lieber... Ah, okay, stimmt. Stimmt, ja, okay. Ich will fliegen. Ne. Du fliegst höchstens auf die Schnauze. Genauso. Komm, ich nicht. Hab dich. Hat er gerade gesagt, jawohl? Ne, er hat gelacht. Doch, nein, nein, nein. Er war schäbig. Und dreckig. Oh, guck mal, ey, sie ist neu gespawnt. Alter, komm her, komm her, komm her, komm her. Ist neu gespawnt einer. Nein, ich bin hier. Hier passen wir alle rein. Ja, ist viel geiler. Hier passen wir doch auch alle rein. Oder nicht? Ja, vier Stück. Ah, wir brauchen fünf, ne? Ja. Hier, komm. Ja. Egal, ich bin da. Warte, was war das? Hier. Mal sehen. Okay, warte, ich komm. Also, ich bin schon vorgefahren. Ja, ich komm reingefahren. Warum hab ich bitte Sternen? Gelandet. Alter. Gelandet. Oh, Mann, ich bin nicht mal richtig... Warte, kann ich dich hochheben? Ich glaub nicht. Alter, ein Flieger hochheben? Mach mal. Irgendwo muss ja gehen. Versuch mal hinten. Oh, fuck. Marvin hat grad Sex mit mir. Oh, yeah. Ja. Oh. Wie geil, du hättest aber hochgegangen bist, ne? Hey, es sind doch Hubschrauber ohne Ende. Ja, ja. Hubschrauber. Wir gehen hier in die Luxus. Wir gehen in die Luxusmaschine hier. Da können wir viel stylischer rausspringen. Oder wir gehen halt zu Marvin in den Cargo-Bob. Marvin, du bist so ein Bob, ey. Jetzt echt, Mann. Wo seid ihr denn? Hier. Ein Bob mit Cargo. Ich hab erstmal... Warte, ey, lass mich mal da auf dir parken. Warte. Also, ihr macht ja wirklich... Oh. Okay, verlos. Du wärst nach dem Geburt, muss ich nicht ausziehen. Jawohl. Verlos. Also, der Spruch könnte auch von Taurus kommen. Der geht dann zu den Thronen so hin. Ey, lass mich mal auf dir parken. Alter, Alter. Oh, fuck. Ich hab ihn kaputt gemacht. Nein, es brennt. Viel Spaß. Wo seid ihr eigentlich? Oh, fuck. Hä? Oh, fuck. Scheiße. Alter. Oh, das war lustig. Taurus, okay. Bist du auch schon... So, jetzt alle... Alle in Richtung... Ja, nein, ich hör dich. Ich komm zu dir. Ach, bist du gar nicht auf dem Platz hier oder was? Ja, wer ist denn hier neben mir? Ich. Komm rein. Guck mal rein, guck mal rein. Was habt ihr mit den Hubschraubern gemacht? Komm mal rein, mein Kleiner. Ich hab geschenkt... Na, ich war hinten. Ich war hinten auf Tobis Flugtag drauf. Und er hat so Wheelie deswegen gemacht. Und ja. Dann hab ich auf einmal gebrannt, bin losgefahren. Ja. Bumm. Und in den anderen rein. Was macht ihr denn da? Bobby. Warte, warte, ich kann mich aufheben. Warte, warte, warte. Ja, und dann springen wir aus dem Auto, indem wir da sitzen oder was? Ja, du gehst noch mit ins Auto, okay? Ja, okay. Warte. Ich glaub, ich hab eins genommen, was man nicht anhaken kann, oder? Wente sein, Warte. Man kann alles anhaken. Nein, kann man nicht. Nicht mehr seit dem Patch. Dann ist man scheiß. Hier sind noch zwei Autos. Das weiß ich gar nicht. Oh, 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 warte, warte, lass mich nochmal. Komm. Achso, ein Dreik. Warte, warte, lass mich eben gerade wieder. Nicht auf mir landen. Ich hol mir das andere Auto da. Oh, fahr doch nicht weg. Probier mal das andere Auto. Oh, fast. Warte, ich hol mir einfach eins, ganz ehrlich. Nein, ich hilf da. Ja, lass mal. Ja, hol das dann. Oder wir gehen hier hin, ja. Wo ist Adrian? Ah, der sitzt da oben, okay. Ihr qualmt übrigens. Ja, ein bisschen. Warte mal ein bisschen weggefahren, okay? Weil, qualmen ist nicht so mein Ding. Ah, Tobi, einsteigen. Boah, jawohl. Weckendammt ihr, der Skiller. Okay, Marvin, wenn du uns hast, dann warte eben kurz, weil dann machen wir eben ganz kurz Folgenschluss. Jetzt schon? Du kannst jetzt, naja, 20 Minuten. Nein, noch nicht. Doch, das ist dann in der nächsten Folge. Das war doch viel zu langweilig für eine Folge. Wir haben genug gemacht, glaub mir. Nee. Wer macht denn hier die Folgen? Hey, du hast uns doch... Nein, hab ich nicht, das ist das Problem. Scheiß, ich geh in ein anderes Feuer. Hast du überhaupt was? Warte mal, wenn ich geh in ein anderes Feuer. Ich hol mir selbst eins, ganz ehrlich. Nein, hier, guck das Ganze an. Das ist doch das gleiche, was wir eben schon hatten, Mann. Nein, hier, das. Guck, das hier kannst du anhaken. Da ist das Rote hier. Vertrau mir. Ich hab hier eins. Das Rote hier. Vertrau mir. Flieg nur noch gegen das Schild oder so. Ja, dann sind wir, glaub ich, schon tot. Oh. Oh, oh. Warte. Warte, Thoros, warte. Hey. Kannst du auch mal einen LK... Marvin. Ey, das ist ein neuer Kagebob. Wir nehmen den neuen. Ja. Aber diesmal fliege ich... Oh, fuck. Fuck, schnell raus. Oh, fuck, ich wurde überfahren. Scheiße. Lauf, 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 weg, weg, weg. Okay, ich sitze im Auto. Ich muss mir aber erst eins holen. Oh. Alter. Was ist denn jetzt los? Was war... Nein, 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 was ist das? Hast du es gesehen, das war... Was war das? Willst du vielleicht erst noch rein? Ja, also ich dachte... Was war das? Ich dachte, die explodiert. Nein, nicht, wenn ich drin bin. Ja, das war... Ich bin da reingeflogen, weil ein Triebwerk kaputt war. Geh ein bisschen hoch. Das war alles aus Versehen, ich schwöre es. Sag mal, kann man dir Haken noch was anhängen? Der Haken ist durch mich durchgegangen. Kann ich überhaupt noch was anhängen? Oh, nein. Bestimmt, ja, aber ich glaube, das muss so einen Haken vorne haben. Weißt du, das kannst du beim Tune machen. Warte, soll ich zu mir nach Hause fahren und eins holen? Ja, dann machen wir jetzt eben Folgenende und hören uns dann beim nächsten Mal. So, sehr schön. Folgenende. So, dann... Äh... Sagt ihr bitte jetzt gerade einfach nur Tschüss und dann freue ich mich. Ich sage nämlich auch schon Tschüss. So, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ey, Toast, ich gebe einen Fick auf dich, weißt du das? Was mache ich denn? Der sagt, der sagt, ja, gar nichts, ist auch besser so. Komm, halt deinen Maul. Komm hin. Geh dich vergraben. Klon, ey. Hör mal, kann den Hubschrauber hier nicht nehmen? Wir ist Fick auf dich. Und dann schi Glenn. Vielen Dank.